Guten Tag, wir alle wissen, dass wir viel zu viele Süßigkeiten essen und wir wissen auch, dass Süßigkeiten viel Zucker haben. Doch haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, wie viel Zucker in anderen Lebensmitteln drin ist? Heute möchte ich Ihnen kurz einen Überblick zeigen, was so dran ist. Doch zuerst, wissen Sie, was die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, wie viel Zucker pro Tag optimal wäre? Grundsätzlich ist es so, eigentlich maximal, nicht optimal, sondern maximal, diese Menge Zucker. Die WHO sagt aber auch ausdrücklich, dass es besser wäre, nur die Hälfte davon zu nehmen. Dies sind effektiv acht deutsche Würfelzucker. Wieso deutsch? Wie Sie sehen, Schweizer und deutsche Würfelzucker haben ein anderes Mass. Hier ist es drei Gramm, da ist es vier Gramm. Dies einfach noch als Ergänzung. Beginnen wir gleich mit dem Frühstück. Frühstücksjoghurt, hier mit Sahne oder ohne Sahne. Die haben ohne, auf die ganze Menge bezogen, diese Menge Zucker in sich. Das sind rund sieben bis acht Zucker pro Joghurt. Naturjoghurt hat etwas weniger drin. Hier sind es mehr, weil einfach die Menge grösser ist. Was wahnsinnig ist, Fruchtzwerge für Kinder, die haben pro Kleines zwei Würfelzucker. Auf die gesamte Menge gibt es dann zwölf Würfelzucker. Soviel zu Joghurt. Dann gehen wir zum Müsli. Der eine oder andere von Ihnen wird am Morgen sich ein Frühstücksmüsli machen. Ich habe hier die Gesamtmenge genommen. Es sind ganz verschiedene Anbieter, spielt eigentlich keine Rolle. Es ist überall mehr oder minder wenig, ziemlich viel drin. Und habe es dann auf die angegebene, empfohlene Portion genommen. Da, man muss sich das mal vergleichen mit einem Joghurt, ist wirklich keine grosse Menge. Das ist eine Portion gemäss dem Hersteller. Auch das hat schon einen Zucker drin. Gleich sieht es mit dem Crunchy Müsli aus. Da sind es dann schon zweieinhalb. Ebenso der Mühleklassiker mit Früchten, da hat das auch zweieinhalb. Wenn man überlegt, dass man relativ schnell sowas isst, kommt man doch relativ bald auf eine rechte Grösse oder auf eine rechte Menge vom Zucker. Gehen wir vielleicht mal über zu den beliebten Pizzas. Wer hätte gedacht, dass Pizzas Zucker drin haben? Auch hier spielt keine Rolle, welche Anbieter. Diese Pizzas haben rund drei Würfel Zucker drin. Ebenso Suppen oder auch zum Überbacken Soßen. Da kommt relativ schnell viel Zucker zusammen. Hier ist noch zu sagen, dass die Zuckermenge pro Portion angegeben ist. Wenn man das so anschaut, sieht das noch so okay aus. Nur, wenn man das nachher dreht und sieht, dass das ganze drei Portionen sind, ist es dann doch oft mehr. Weil oft eine Person mehr als eine Portion isst. Salate, ob jetzt Kartoffelsalat, fruchtiger Käsesalat oder nach Walddorfer Art, auch da kommt eine ganze Menge Zucker beizueinander. Ebenso, wenn Sie im Kühlregal schauen, die Mischsalate oder grünen Salate, auch dual, lohnt sich wirklich ein Blick kurz auf die Zusammensetzung. Gehen wir zum Fleisch über. Wer hätte gedacht, dass Fleisch Zucker drin hat? Auch wenn es nicht viel ist, beim Schinken ist es ein halber Zucker. Bei den Weisswürsten und bei den Wienern je einer Zucker. Aber auch da, in sehr vielen Fleischsorten, ist heute Zucker drin. Vielleicht, wieso ist so viel Zucker drin? Zucker ist ein Geschmacksverstärker. Der gibt uns einfach das Gefühl, dass das Ganze besser schmeckt. Da die Hersteller logischerweise das möglichst gut machen wollen, sie wollen ja verkaufen, sie wollen uns etwas Gutes bieten, machen sie bewusst halt auch mit Zucker, dass es leckerer ist, für unseren Geschmackssinn. Ganz schön finde ich, Ketchup ist zwar wohl bekannt, dass er viel Zucker drin hat, aber so eine Tube Ketchup hat sage und schreibe 35 Zuckerwürfel drin. Balsamico-Essig, lohnt sich auch hinzuschauen, auch da kommt schnell relativ viel. Dann die verschiedenen Pesto-Soßen, würde man auch nicht denken, zwischen 3 und 5 Zucker. Karottensalat, hinten hat es die Essiggurke. Oder auch das Blaukraut, das ist auch ein ganz schöner. Ich liebe es, aber nach so viel Zucker, kommt halt auch einiges zusammen. Selbst der Linseneintopf führt etwas Zucker damit. Wie Sie sehen, das ist nur eine kleine Auswahl. Hersteller spielt nicht so eine Rolle, das ist wirklich durchs Band weg, hat es relativ viel drin. Zum Schluss denke ich, was viele auch vergessen, unsere Getränke. Beginnen wir an dieser Ecke. Wieder mal für Kinder, gemacht extra, ein Kind trinkt das relativ locker. Das hat über 7 Würfel Zucker drin. Auch da finde ich, ja, es ist relativ viel. Bekannt sind auch die Energy Drink. Die sind unterschiedliche Mengen. Das kleinere hat so viel Würfelzucker drin. Cola ist bekannt. Fanta fast gleich viel. Bei Cola ist es rund 17, Fanta etwas weniger. Eistee doch etwas besser. Nur wenn man überlegt, dass es Leute gibt, die pro Tag 1,5 Liter trinken, da kommen wir doch, doch einiges höher mit der ganzen Menge Zucker drin. Dann die sogenannten, in unserem Gefühl gesünderen Sachen. Eine Apfelschalle. Da bekommt man auf eine beachtliche Menge, auf 7,5 Dezilliter. Oder auch den Bio, Bio-Limo. Hat doch auch etwas. Und ganz wichtig finde ich auch, was viele auch vergessen, Fruchtsaft ist als sehr gesund bekannt. Aber Fruchtsaft hat ebenso sehr viel Zucker drin. Hier sehen Sie die wunderschöne Menge an Würfelzucker. Es lohnt sich mal hinzuschauen. Ich denke, es ist schlussendlich auch die Menge, die es macht, wenn man mal ausnahmsweise Limo trinkt. Oder auch sich mal einen Orangenschuh, also Orangensaft leistet, denke ich, ist das kein Problem. Aber halten Sie es im Kopf. Einfach, dass Sie sich das mal bewusst sind. Ich danke für die Aufmerksamkeit und tschüss. Vielen Dank.